hallo zusammen ja ich würde euch gerne so freudig begrüßen wie es bei den meisten anderen projekten mache aber nachdem was ja in am ende des prologs und jetzt zu beginn des ersten aktes von baldos geht als passiert ist möchte ich mir das lieber mal verkneifen da wir einen ziemlich traurigen moment hinter uns haben da der zielvater von unserem hauptcharakter gestorben ist leider ja wie ich bereits im prolog mal gesagt habe die welt der vergessenen reiche beruht auch auf tragödie aber auch auf hoffnung unser zielvater ist zwar gestorben und das macht uns schon ziemlich zu schaffen aber andererseits stehen wir jetzt mitten im nirgendwo haben zum glück immerhin an unserer seite und müssen gucken wie wir weiterkommen wie uns der erzähler ja gesagt hat nach kerzenburg kann ich mal kurz zeigen nach kerzenburg können wir nicht zurück da werden sie uns nicht einlassen aber wir können in den freundlichen arm da goryan uns gesagt hat dass wir dort freunde finden können doch abgesehen von unserer großen übersichtskarte hier auf der nicht noch nicht viel verzeichnet ist sind wir ziemlich orientierungslos das heißt wir müssen uns erst einmal in dem gebiet umsehen gucken dass wir wieder hier hochkommen zu korions leichnam und den beerdigen das ist das sind wem schuldig und ja dann gucken wir uns hier erst einmal um wir können natürlich der straße folgen aber ob die straße so sicher ist erst einmal orientieren wir uns nach süden ja okay im süden sehen wir ein großes waldgebiet und dazwischen können wir ein seltsames gebäude entdecken das schon als die hohe hecke hier betitelt wird darüber haben wir in kerzenburg gehört das ist ja nicht sehr weit weg aber wer genau dort lebt haben wir jetzt nicht aufgeschnappt da können wir uns ja in der nahen stadt berikost wenn wir dort hinkommen sollten mal umhören jetzt wollen wir aber erst einmal zurück zu korion vorher gucken wir mal kurz das inventar durch also wir haben viele heiltränke einstelligkeitsöl können wir beides gebrauchen immerhin hat heiltrank und ein stab der geschosse der ist nützlich wenn wir auf einen zauberer stoßen um die zu unterbrechen jetzt haben wir aber erst bei unseren ersten richtigen gegner gefunden einen kranken kreisschling ja unser erster richtiger gegner hat gerade das zeitliche gesegnet gut ja werden wir jetzt hier unterwegs sind man sieht es sieht ein bisschen langsam voran also bald das geht als ist die bewegung noch langsam und die funktion das war das wert der karte der schnelllauf ist das gibt es nämlich erst seit 1 1 glaube ich ist leider noch nicht vorhanden deswegen wird es etwas gemütlicher von dann gehen und in manchen fällen werde ich dann auch einfach zeit raffern so korions leichter auch wenn es nicht gerade schick ist wir nehmen alles an uns was er noch bei sich trägt und nützlich sein könnte vor allem der brief den immerhin erwähnt hat und die leichten die er zerstückelt hat da haben wir auch keine hemmungen davor die zu plündern das hier ist eine schlagwaffe 2w4 du bist eigentlich auch eine schlagwaffe nein du bist waffentyp stumpfe waffen und du bist waffentyp glaube ich spitze waffen genau auf die haben wir uns ja nicht spezialisiert nein stumpfe waffen okay also korion ist sozusagen jetzt begraben wir können jetzt die schriftrolle lesen also quest sachen sollte ich meistens bei meinem hauptcharakter hier drüben ein und der rest den versuche ich irgendwie anders unterzubringen so immerhin kann genug tragen also gebe ich das zeig mal ein e-mail weiter und dann lesen wir mal den brief mein lieber freund korion bitte entschuldigt die abruptheit dieses briefes aber es gibt noch viel zu tun und uns bleibt nicht viel zeit was wir schon lange gefühlt schon lange gefürchtet haben könnte bald eintreten wenn auch nicht so wie es vorausgesagt wurde und ganz bestimmt nicht im richtigen zeitrahmen also ja so wie das hier klingt rede ist das schriftstück schon mal von einem gelehrten hohen adligen oder sogar magier kann man davon ausgehen so wie das verfasst wurde also schon das wort zeitrahmen sowas so reden in der zeit nichts gerade viele leute wie wir beide wissen hat sich die vorhersage dieser ereignisse in letzter zeit als immer schwieriger erwiesen und man muss immer mehr dem zufall vertrauen oder einen wahrsager wir haben für eure schützlinge alles getan was in unserer macht stand das wären thalisa und imuhen doch nur die zeit für uns gekommen abstand zu nehmen und alles seinen gang gehen zu lassen wir sind bisher vielleicht ein wenig zugeschützt gewesen mit wir sind wahrscheinlich die verfasser des briefes gemeint oder es wenn es nur ein verfasser ist weil es steht ja mein lieber freund da oben könnte sein dass wir der verfasser und gohörn gemeint sind also das gohörn zu sehr auf uns aufgepasst hat trotz meines wunsches in dieser angelegenheit neutral zu bleiben okay das könnte auch wieder darauf hinweisen dass es ein druide ist konnte ich die dinge nicht mit gutem gewissen ihren lauf nehmen lassen ohne immerhin eine warnung auszusprechen die gegenseite wird sehr bad handeln und ich bitte euch dringend kerzenburg nach möglichkeit noch in dieser nacht zu verlassen die glöckelheit mag zwar gleichermaßen bedrohlich erscheinen doch es ist viel schwieriger ein ziel zu treffen das sich bewegt auch wenn nicht viel deckung vorhanden ist zu diesem zeitpunkt bleibt uns lediglich die wahl ein kampf herauszufordern ja wohin das geführt hat haben wir gemerkt wenn etwas schief laufen sollte könnt ihr unterwegs ruhig reisende um hilfe bitten das werden wir machen wir haben auf jeden fall immerhin bei uns wir sind nicht alleine ich brauche ich brauche ich ja nicht daran zu erinnern dass sie diesem land selbst abgesehen von unseren gegenwärtigen sorgen genügt gefahren auf einen lauern in form von kreischlingen zum beispiel und eine gruppe immer stärker als eine gruppe ist immer stärker als einer alleine wenn ihr noch weitere hilfe benötigt habe ich gehört dass ich ja hier und karlied vor dem beiden haben wir schon von koron gehört zurzeit im freundlichen arm aufhalten sie wissen zwar nur wenig von dem was sich zugetragen hat doch sie sind stets eure freunde gewesen und werden euch zweifellos gerne helfen das glück möge auf unserer seite sein ich werde hierfür langsam zu alt also wir können davon ausgehen dass es ein alter gelehrter ist ein alter druide vielleicht sogar dessen initialen ehe sind gut so viel zur rollespielerischen wir sind immer noch etwas orientierungslos hier wir wissen nur wo diese steinkreise sind wir haben glaube ich nicht mal ein kompass also werden wir einfach den weg weiter folgen die wir jetzt gegangen sind orientieren uns einfach von der straße aus gehen norden das wissen wir natürlich nicht wir sollten uns natürlich bald möglichst wahrscheinlich im freundlichen arm ein kompass zulegen daran haben wir nicht gedacht als wir nach koron als wir mit koron gegangen sind dass wir vielleicht ein kompass brauchen könnten was wir von ihm getrennt werden so gucken wir mal nach norden im norden ist nur ein dichter unwirklicher wald zu sehen in dem nichts interessantes liegt aber der wald erstreckt sich weiter in diese richtung und da könnte es dann weiter gehen deswegen sollten wir uns bei zeiten dort weiter umschauen erst einmal wollen wir uns aber hier in dem gebiet zu ende umgucken wenn wir schon hier sind da wir ja nicht wissen dass es danach nach westen geht wir brauchen weitere orientierungspunkte also sollten wir die küste suchen von der küste aus kann man sich gut orientieren eigentlich wir wissen ja die schwert küste also das hier liegt im west doch im westen hier am schwert see of sorts das ist übrigens durch die sogenannte widescreen mod hinzugekommen diese hübsche rahmen mit der karte drumherum apropos mods ich habe noch gar nicht erwähnt welche mods ich für dieses spiel benutze also wie gesagt ist aber die widescreen mod mit der dazugehörigen gui mod weil die widescreen mod für bei das geht da eher eins alleine dann ein bisschen komisch wäre wenn ich zum beispiel hier wäre wäre die karte nicht zentriert mit diesem rand sondern alles wäre schwarz und die karte wäre hier oben in dem bereich das ist halt der nachteil von dem alten spiel deswegen muss ich damit so immer zu arbeiten das zweite was ich habe ist ein tweak drin der dafür sorgt dass ich bei einem stufenaufstieg volle lebenspunkte bekomme also besser gesagt ich erkläre das mal kurz ich habe im augenblick 13 lebenspunkte bei jedem stufenaufstieg wird ausgewürfelt wie viele lebenspunkte ich bekomme und zwar ist das je nach charakterklasse erstmal unterschiedlich also bei einem krieger also einem kämpfer wie ich es jetzt bin sind es zwischen 1 und 10 lebenspunkte plus dem konstitutionsbonus also drei also kann ich vier bis 13 treffer punkte pro stufenaufstieg kriegen nachteil das blöde ist halt an diesen zufälligen treffer punkten das kann das spiel unnötig lästig oder schwierig machen wenn man einfach jetzt die treffer punkte hinnehmen würde wie sie kommen könnte es passieren dass man ständig die minimale anzahl würfelt und dann halt gar keine lebenspunkte hat und ständig abkratzt man kann aber auch das quick save quick load verfahren benutzen und eben so lange würfeln bis man die maximalen treffer punkte hat was aber auch nicht so toll ist das gibt es gab es ja im baldos g2 dann eine option die das ganze ausstellt also einen zusätzlichen schwierigkeitsgrad ja diesen trick habe ich halt aktiviert das heißt ich kriege auf jeden fall meine 13 treffer punkte pro level ab nachher wenn ich auf kleriker um gesattelt habe sind es dann halt nur noch 10 weil ich glaube kleriker haben einen grundwürfel von 8 und kriegen dann noch mal dann kriege ich halt noch mal durch meine konstitutionen bonus von 2 also kriege ich 10 oder am kleriker nur 6 ich weiß es gerade nicht ihr könnt mir ja in den kommentaren schreiben bevor ich was falsches behaupte und die letzte mod das war alles was ich installiert habe was ich eigentlich noch installieren wollte war das an finnisch business also die sachen die ihn zur release zeit nicht fertiggestellt wurden und dadurch aus dem spiel geflogen sind die haben entwickler sozusagen die entwickler sozusagen privat doch noch fertig gemacht oder als an finnisch business pack hinzugefügt das problem war ich habe an das an finnisch business pack erst gedacht als wir euch machen kurz pause wegen weiter mehr so aggressiv werden könnte wenn er zu nahe kommt das an finnisch business pack kann man nicht nachträglich installieren also ich hätte noch mal ganz von vorne anfangen müssen und von meinem vorschau video von meinem charakter erstellungs video wisst ihr ja wie schwierig das war das wollte ich mir halt nicht noch mal antun deswegen habe ich jetzt die den kompromiss daraus gezogen ich wollte weil das geht zwei mal durchspielen einmal als guter kämpfer kleriker und dann als entweder neutrale oder böse barte vielleicht eher neutral weil böse kann ich nicht so gut sein gebe ich zu aber ja genau und wenn ich dann den baden anfange oder die badin mal sehen dann wird an finnisch business pack dann können wir zusammen auch mal gucken was das an finnisch business pack so alles neues hat also ich werde wenn es mir auffällt darauf hinweisen und ihr könnt es selber sehen so habt ihr auch einen direkten vergleich und so zieht das auch bei baldos g2 durch also thalisa ohne an finnisch business beide baden mit an finnisch business gut und trocken gepackelt jetzt wollen wir weitermachen hier haben wir einen adligen namens chase mit dem reden wir mal freut mich so eine nette kulturelle bekanntschaft zu machen hallo ich wollte euch gerade verbieten noch näher zu kommen aber das funktioniert ja wohl nie stimmt es trotzdem werde ich mich angemessen verhalten kommt nicht näher sonst springe ich ja ihr habt richtig gehört ich springe wirklich also nochmal nicht näher kommen und versucht nicht mich aufzuhalten ok der hier hat von selbstmord keine ahnung sieht aus wie ein adeliger wir selbstmord begehen und ja aber ganz toll geht er gerade nicht vor wir können sagen gut also spring ruhig nein bei allen göttern tut so was nicht es gibt vieles für was es sich zu leben lohnt oder wir können ihn auch noch dazu ermutigen wir sagen also hier großartig betteln tun wir nicht wir sind selber gerade noch im schock moment also sagen wir gut springt einfach fach